Breaking News meine lieben Freunde, zum ersten Mal seit dem Jahr 2011 wird ein Bundesligaspiel komplett abgebrochen und zwar 20 Minuten vor Schluss wird Bochum gegen Gladbach beim Stand von 2 zu 0 für Gladbach beendet. Aber was ist passiert? Der Schiedsrichterassistent Gittelmann wurde von einem Bierbecher getroffen, wurde aus einem Bochumer Block geworfen. Ja, Gittelmann wurde am Kopf getroffen, hat erst kurz beraten, dann das Spiel komplett beendet. Unter anderem der Bochum Keeper, Riemann und auch der Kapitän rannten in Richtung der Tribüne und haben nochmal in Richtung der Fans ein paar deutliche Worte gesagt, wie sie das finden. Bochum selber tweetete, irgendein Vollidiot wirft da was Richtung Spielfeld. Der Lienenrichter wurde getroffen, das Spiel ist unterbrochen, lass diesen Unsinn sein. Das hat im Stadion einfach überhaupt nichts verloren, unfassbar dumm. Damit haben sie recht, wie auch immer das Spiel gewertet wird, bin ich auch mal gespannt. Ich meine Gladbach hat da 2 zu 0 geführt, bin gespannt ob es dann auch für Gladbach jetzt gewertet wird, weil eben auch von der Bochum Gemeinde etwas kam oder ob es irgendwie noch zu Ende gespielt wird oder keine Ahnung wie man das dann regelt. Das wird man jetzt erstmal sehen, Spiel erstmal abgebrochen und ich finde auch zu Recht. Sowas geht überhaupt gar nicht, die Fans dürfen laut sein, die dürfen singen, auch kreativ sein beim Singen, was auch immer, Stimmung machen. Aber das geht eben überhaupt gar nicht, Sachen, Gegenstände aufs Feld zu werfen, selbst wenn man niemanden treffen will oder so. Das kann ganz schnell mal passieren, im Eifer des Gefechts, dass man doch jemanden erwischt oder gar am Kopf wie jetzt den Lienenrichter. Und mit einem Feuerzeug zum Beispiel oder einem vollen Becher kann das auch wehtun oder sogar wirklich ernsthaft verletzen. Deswegen Freunde, unterlasst sowas bitte immer. Eure Meinung in die Kommentare, richtige Entscheidung, Spiel abzubrechen. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.